Hallo liebe Austria-Fans, mein Name ist Erwin Bewerb, ich bin 23 Jahre alt, komme vom SK-Bunding am Sturm Graz, bin heute in der Früh in Klangfurt gelandet, bin super aufgenommen worden von der Mannschaft, habe in der Früh das erste Training absolviert, das Wetter ist super, die Sonne scheint, tolles Stadion und ja, hoffe auf eine riesen, riesen Unterstützung von euch im Frühjahr, damit wir gemeinsam unser Ziel erreichen können und das Ziel des Vereins, das ist erstens der Meistertitel natürlich und zweitens der Aufstieg in die zweite Liga, Forza Viola.